Guten Morgen Börse Mit XTB, heute ist Montag, der 28. August 2023. Ja und wir wollen natürlich einen Blick werfen auf die Rede von Jay Powell in Jackson Hole am Freitag. Hat er was Neues geliefert? Nein, hat er nicht. Aber es gab sicherlich eine durchaus interessante Reaktion, die wir sowohl im S&P als auch im Nasdaq zu sehen bekommen haben. Es war ein Abziehbild dessen, was auch nicht anders zu erwarten war, möchte ich ganz ehrlich sagen, dessen, was wir schon seitens der FED Ende des Monats Juli zu sehen bekommen haben. Das heißt, Inflation ist weiter hoch, man wird weiter schauen, dass man diese unter Kontrolle bekommt, man wird in diesem Zusammenhang auch weitere Zinsschritte in Betracht ziehen, sofern dies nötig sei, man wird aber auch für einkommende Daten abwarten, bla bla bla. Also alles genau so, eins zu eins das, was schon gesagt wurde, aber es war eben ganz interessant. Wir haben ja am Donnerstag einen relativ scharfen Push auf der Unterseite gesehen, nachdem wir recht stark und vielversprechend eigentlich in die neue Handelswoche, letzte Woche, gestartet waren und in dieses Event, in dieses Symposium gelaufen sind. Und ja, nunmehr ist es dann eben jetzt so, dass wir ein höheres Tief in der Lage waren auszubilden. Wir sind dann nach einem kurzen Flasch tiefer, da kam so kurzzeitig so ein bisschen Bearishness auf, wie wir gleich sehen werden. Und auch bei mir übrigens an der Stelle, ich dachte mir, das könnte röter werden heute. Und dann haben wir uns gefangen. Wir haben ein höheres Tief gehalten, also in Relation zu den Tiefs der Vorwoche wiederum. Wir sind zwar unter die Tiefs von Donnerstag gegangen, aber nicht unter die Tiefs der Vorwoche und haben dann verhältnismäßig solide geschlossen. Das ist insofern interessant, als dass es eben jetzt zeigt, den Bären scheint doch so ein bisschen die Puste auszugehen. Nicht, dass das jetzt die Einladung ist oder der Startschuss für eine Rallye oder sich long zu positionieren im S&P oder im Nasdaq 100. Das ist noch nicht sauber genug, das Bild. Aber es ist zumindest mal etwas, was vielleicht so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass da Käufer reinkommen könnten. Und dann ist unsere Aufgabe, dass wir uns mögliche Plays herauspicken, die dann vielleicht besonders von Adresse sein könnten. Und da werfen wir heute einen Blick auf Tesla. Das könnte ein durchaus interessanter Breakout-Kandidat sein. Dazu allerdings dann in wenigen Minuten erst mehr. Zunächst vorab der Risikoinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für enteignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vorstellende Risiken, Hinweis auf xtb.com.de. Auch gerne die Möglichkeit zu nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport zu kontaktieren für Fragen rund zum Brokern, nicht nur, sondern auch zur Plattformen, Kontoeröffnung, Produktpalette und dergleichen. In eigener Sache ganz kurz der Hinweis, alles was ich jetzt hier in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, sondern als rein edukatives, informatives Event. Gerne bei YouTube unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion Fragen stellen, die ich dann im nächsten Event beantworten würde hier an dieser Stelle oder auch in schriftlicher Form schon bereits über YouTube. Aber nochmal, keine Anlageempfehlung, bitte alles was ich hier präsentiere, als rein edukativ und informativ verstehen. Dann hier die Kontaktdetails von xtb, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, falls Kontaktaufnahme gewünscht. Zu xtb als Broker, kurz bester CFD Brokersjahr 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich hier aufgelistet einmal in der Mitte. Ein Grund mit Sicherheit auch die xStation, auf die wir genau just in diesem Moment jetzt einen Blick werfen wollen. Ich habe hier einmal vorab den S&P 500 auf Tagesbasis. Wir werden uns gleich aber in den Zeitebenen ein bisschen nach unten orientieren. Ich will nur mal ganz kurz eine, nennen wir sie mal, Großwetterlage geben. Also da, wo wir jetzt aktuell stehen, beziehungsweise wie wir die Tiefs nicht unterschritten haben, erinnern wir kurz an den Kursverlauf. Wir hatten die ersten zwei Handelswochen im August, Abgabedruck, sind unter die 50-Tage-Linie hier gekennzeichnet. Ich habe den auf EMA-Basis, also exponentiell geglättet, kann man hier in Orange finden, gedroppt. Das war das erste Mal tatsächlich seit der Mini-Banken-Krise, so nennen wir jetzt mal, die wir im März zu sehen bekommen haben. Dann erste Aufbegehrungsversuche in der ersten Hälfte der Handelswoche letzte Woche, besonders auch dann vielleicht durch die NVIDIA-Earnings nochmal zusätzlich getragen und dann am Donnerstag plötzlich in Anführungsstrichen der Schlag mit dem Hammer. Starker Abgabedruck, den wir hier zu sehen bekommen haben. Meine Interpretation geht immer noch vielleicht so ein bisschen in die Richtung, dass man sich hier seitens des Marktes vorbereitet hat auf ein höher und das länger. Also das bedeutet, dass man die Leitzins höher hält für eine länger als erwartete Zeit und dass das entsprechend kommuniziert wird seitens J. Powell dann in Jackson Hole. Dem ist nicht so, das war nur eine Reformulierung dessen, was wir sowieso schon wussten. Und dann gab es eben, wie gesagt, auf der 5-Minuten-Ebene erkennbar. Machen wir hier mal kurz auf. Dann gab es einen kurzen Flush, das war die Price-Action hier Jackson Hole. Wir sehen kurz einen Spike höher und dann eben den Drop tiefer mit dem Pfeil unter die Tiefs, die wir hier markiert hatten am Donnerstag. Und das war für mich, war das kein gutes Signal. Also ich muss ganz ehrlich geschehen, ich hatte zeitgleich ein Play in einem Einzeltitel, aus ganz anderen Gründen. Das war ein Swing-Play, aber ich möchte natürlich übergeordnet gerne eine Unterstützung haben. In Crocs war das. In Antizipation eines Breaks unter die 95 habe ich mich gegen die 96 Short positioniert gehabt. Der Break kam und wir sind dann auch erstmal weitergelaufen. Bisschen gefällt ungefähr um 94 sogar. Und ich dachte mir schon, wenn jetzt der übergeordnete Markt mitspielt, dann wird das auch was mit diesem Play. Und dann, ja, dann stallten wir so ein bisschen. Also jetzt war Crocs nicht der relativ stärkste Titel, das war wirklich der Weg des geringsten Widerstandes. Aber das korrespondierte dann auch hier entsprechend mit einem Halten. Ich bin aufmerksam geworden und dachte mir so, mal gucken, mal gucken. Und dann laufen wir zurück, halten oberhalb der Tiefs von Freitag und beginnen eben aufzudrehen. Zeitgleich in meinem Crocs-Play war es eben so, dass wir über die 95 zurückgelaufen sind. Und dann habe ich gesagt, okay, also das waren 70 Cent oder was, die ich bis dato verdient hatte. Die habe ich rausgenommen, die Position. Und das war auch keine so schlechte Idee, weil wir sind nämlich dann oberhalb von 95 aus der Handelswoche gegangen. Vielleicht kommt da nochmal was. Aber in Summe ist es auf jeden Fall etwas, wo auch das übergeordnete Marktumfeld eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat im Hinblick auf das Trade Management. Weil du, wie ich im Übergordnet die Schwäche sehen möchte, wir gehen erst short und können dann aber für den Tag solide halten. Und die Frage, die sich heute jetzt stellt ist, sind wir in der Lage, über diese, nennen wir sie jetzt mal Jackson Hole, hochzulaufen. Das ist ungefähr Bereich 4.427 im Falle des S&P. Im Falle des Nasdaq handelt es sich hier um den Bereich, gleicher Kursverlauf nahezu identisch, ungefähr rund gesprochen um die 15.050er-Region. Gehen wir drüber, denke ich, ist es das erstmal auf der Unterseite gewesen. Wie gesagt, wir sind unter die Tiefs von Donnerstag gelaufen, aber wir sind eben nicht unter die Tiefs hier im Falle jetzt vom 5-Minuten-Chart im Falle des Nasdaq unter die Tiefs der Vorwoche gefallen. Das wären also erste Anzeichen eines höheren Tiefs. Nehmen wir im Nasdaq dann hier die 15.050 raus, wäre nicht auszuschließen, dass wir uns in den nächsten Tagen zurück in Richtung Gefilden bis 15.400 Punkten eventuell zurückhangeln. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben eben insgesamt noch kein klares Signal diesbezüglich. Selbst wenn das gelingen würde, jetzt im Falle des Nasdaq hier die 15.050 zurückzuerobern, nehmen wir uns mal den Spyder oder auch die Qs, den ETF, auf den Nasdaq 100 an dieser Stelle. Wir pendeln eben derzeit um die 5-Tage-Linie. Geht mal drüber, das sah vielversprechend aus, jetzt gehen wir wieder drunter. Das heißt also, es ist nicht klar, es ist nicht sauber. Eine Tendenz geht in Richtung, das war es nach unten, aber das würde mich noch nicht davon überzeugen, mich long im Nasdaq positionieren zu wollen. Was es mich aber dann zum Beispiel aufmerksam werden lässt, ist, dass ich sage, welche Titel haben denn relativ stark performt? Also jetzt jüngst relativ stark, beziehungsweise schauen auch aus rein technischer Perspektive vielversprechend aus. Und dann landen wir tatsächlich bei Tesla, meiner Einschätzung nach. Wir hatten in Tesla ja seit Anfang des Monats August, hier ganz besonders, hatten wir Abgabedruck getragen, hauptsächlich durch zum Beispiel die Price Cards in China und dergleichen. Auch das übergeordnete Marktumfeld und Tesla hat kontinuierlich Abgabedruck gesehen, der sich dann sogar so weit extrem darstellte, dass wir für 10 aus 11 Tagen, glaube ich, negative Vorgaben gesehen haben. Das letzte Mal, dass wir solche Extreme, in Anführungsstrichen, solche Läufe zu sehen bekommen haben, war noch im Dezember. Mit dann damals dem sehr, sehr scharfen Bounce und der Bodenbildung gegen diesen Bereich um ungefähr 105 Dollar war es ungefähr, glaube ich. Und so, nunmehr ist es so, dass wir dann ja begonnen haben, im Rahmen des übergeordneten Marktes auch in der entsprechenden Bounce zu sehen. Und was ich jetzt eben interessant finde, ist, dass wir kontinuierlich höher halten und bis dato auch relativ solide, die 2,30, ein kurzes Unterschreiten, aber dennoch haben halten können. Der 5-Tage-EMA, der dreht hier wieder auf. Also es gibt diesen Curl-Up, der zeigt, okay, offensichtlich, weil jetzt ja hier die bärischen Tage in Anführungsstrichen abgeschnitten werden und die jüngste Price Action höher gewichtet wird im Falle des EMAS, sehen wir eben eine steigende Tendenz, das ist ein positives Signal. Und wir haben eine Einschätzung nach einer potenziellen Breakout-Region, die hier um 2,40 liegt, nicht nur aus diesen zwei blaufarben gestrichelten Linien, die ich hier einzeichne, sondern darüber hinausgehend verläuft in diesem Bereich auch ungefähr der sogenannte Month-to-Date Volume-Weighted Average Price. Das ist der also seit Anfang des Monats durchschnittlich bezahlte Preis für Tesla innerhalb dieses Abverkaufs, der verläuft ziemlich genau um 2,40. Das heißt, gehen wir drüber über den, nehmen die Bullen im übertragenen Sinne das Ruder wieder in die Hand. Und ich denke, dass das dann im Gesamtkontext mit Ausblick vielleicht auch auf dann starke fundamentale Zahlen, die wir dann in den Quartalszahlen zwar erstens bei Monaten rund zu sehen bekommen, aber auch Deliveries einer starken Guidance im Hinblick aufs Full-Self-Driving und dergleichen, vielleicht schon risikoverhältnistechnisch den ein oder anderen Trader, institutionellen Investor vielleicht auch längerfristig hier in das Spiel holen können. Für uns als kurzfristig orientierte Trader brauchen wir oder wollen solche eine kurze Dynamik, solch ein Momentum zu sehen bekommen. Tesla ist gut für solche starken Moves, ausgehend vom Umstand ein High-Beta-Stock zu sein. Und ich denke, wenn wir das gleiche Spiel mit dem Volume-Weighted Average Price hier auf den Monat machen, wenn wir das ankern auf die bis dato markierten Jahreshochs im Bereich um 300 Dollar, verlaufen die ungefähr um 2,55. Das heißt also, wir haben durchaus 15 Dollar Chance auf der Oberseite für ein relativ kleines Risiko, was sich dann auf den kleineren Zeitebenen herauskostellisiert. Einfach ausgehend von dem Umstand, weil wir wissen, wir wollen ja sofort den Break und Laufen sehen. Wir wollen ja jetzt nicht sehen, kurz das Spike rein und dann geben wir ihm noch ein paar Tage oder vielleicht in dem Fall im Day-Trading, Stunden vielleicht, Minuten, sondern wir wollen gleich ein starkes, zügiges Feedback. Break, halten, laufen. Und demnach haben wir verhältnismäßig kleines Risiko, denke ich, an dieser Stelle für eine attraktive Chance auf der Oberseite und sollte sich das Bild eben beginnen aufzuhellen nach diesen Signalen, die jetzt von Jackson Hole vom breiten Markt gesendet werden, auch wenn das sich da noch nicht ganz klar herauskristallisiert, könnte Tesla ein potenzieller, relativ starker Kandidat für ein Breakout-Play auf der Oberseite sein. Soweit meinerseits. Happy Trading, pass auf die Stops auf. Wir werden es hier weiter beobachten natürlich und dann im nächsten Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB zum Thema machen. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss. Und tschüss.